Musik 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 Farbenfachhandel Hako in Kapfenberg-Mürzbogen ist ein Unternehmen, das sich als Farbenfachgeschäft einen Namen gemacht hat. 1997 gegründet jeder im Team ein exzellenter Fachmann und langjährige Mitarbeiter, die durch ihre Erfahrung und Kompetenz eine umfangreiche Produktpalette zu führen, ermöglichen. Das Warnsortiment reicht von Innenwandbeschichtungen, Fassadenfarben, Holzlasuren, diversen Klebstoffen, Boots und Autolacken bis hin zu Malerwerkzeug und Zubehör. Im Frühjahr ist es oft benötigter Holzschutz. Wir haben hauptsächlich SICKENS, HILES für nicht maßhaltige Bauteile, NOVADECH, FÜTTER 7 für maßhaltige Bauteile und KINOL, VARIO für Balkon, Gartenzau und Untersichtsscholungen und so Sachen. Damit Ihre Arbeit zum gewünschten Erfolg führt, ist bei schwierigen Untergründen oder kreativen Malereien und Anstrichen eine gute Beratung nicht nur im Geschäft, sondern auch vor Ort sehr wichtig. Weiters können Sie Leihgeräte wie Spritzpistole, Trichter, Kompressor, Poliermaschine und so weiter gegen eine geringe Leihgebühr benutzen. Auf Ihr Kommen freut sich das HAKO-Team. HAKO Holzschutz und Fassadenaktion vom 2. Mai bis 10. Mai Minus 20% auf SICKENS, NOVADECH, HILES Extra, KINOL, VARIO Holzschutzrasouren sowie sämtliche lagernde Fassadenfarben. Das alles bei HAKO, Farbenfachhandel, Mürzbogen, Kapfenberg. Diesen Beitrag widmete Ihnen die Einkaufsregion Kapfenberg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017